Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, einer geht noch, anzunehmen bei Adawa, in Vashiv, Tanktarwald, an dieser Position, allerdings in dieser Höhle hier drin, also da müsst ihr hineinschwimmen, und dann seid ihr in dieser Höhle. Vorquest war Atempause, und wir müssen jetzt zwei weitere NPCs finden, die hier hinein sollen. Wir können hier direkt aufmounten, und hinausdüsen. Jetzt in diese Richtung, Kapitän Samir, den dürfen wir anquatschen, und dadurch tut man Mak und Samir anheuern, beziehungsweise wetten. Ihr seht, Maki ist im Schlepptau, der ist anscheinend bewusstlos, und der Kapitän Samir zieht ihn in die Höhle. Nun dürfen wir wieder hier hineinschwimmen. War zu früh aufgetaucht. Und nun haben wir ein Lager hier berichtet. Quest ist abzugeben bei Adawa, in Vashiv, Tanktarwald, an dieser Stelle, in der Höhle, wo hier der Weingang ist. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten, und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte, so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und viel Erfolg. Ciao.